Z5 Z5 Klaus Steinke Wie gesagt, auch jetzt sehe ich es, die Klasse 5 ist geteilt, wenn ich das richtig von hier oben sehe Sch лучschel Z5 Chor Z5 Z6 Z5 Z6 Z5 Z5 Konr have Z5 Maximilian Burstede hat sein Auto an Posten 1 komplett quer abgestellt. Ja, hier war auch die Klasse 5 also geteilt, volles Starterfeld hier. Ja, hier war auch die Klasse 5. 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 Ja, hier war 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 die Klasse 5. Wir haben auch von da hinten das Siegmert hier. So und jetzt müsste der Zieleinlauf folgen. Mit dem Schwarz-Weiß-Gerinn-Tuch gewinnt Willi Kohlrausch. Diesen Lauf 1. Volllauf 2. Gruppe Klasse 5 vor Siegbert hier, Renate Dänchen und Sabrina Martens.